Tollenjenigen Overhead Press mit Kurzhanteln. Bevor es losgeht, finde deinen Stack, atme einmal aus, dann versuch die Rippen so gut du kannst unten zu halten, die Hüfte bleibt gestreckt. Du startest mit parallelen, neutralen Griff und dann geht es nach oben. Arme ganz ausstrecken, hier tight bleiben, versuch den Stack zu halten die ganze Zeit. Hanteln rotieren, leicht, dass die Handflächen in der oberen Position nach vorne zeigt.